Und wir jetzt natürlich im Tor, in der Amtsgruppe Nummer 1, Tim! Und am Anfang an der Bayern, auch unsere Nummer 7, Marco! Die 8 bei Werner ist Clemens! Mit der 14, Aaron! Und unsere 15, Sebastian! Die 16, Michael! Mit der Nummer 18, Felix! Mit der 22, der Käpt'n, Thorsten! Und er ist dabei, und das ist wichtig, die 24, Clermia! Mit dabei auch die 29, Per! Und die 44, Philipp! Unser 2. Torwart auf der Bayern kann unser Vertrauen, die 21, Sebastian! Unsere 3, Petri! Willkommen bei Werner, unser 9, Nr. 9, Danny! Aten! Unsere 10, Marco! Die 17, Zahid! Und die 46, Honor! Und das alles unter der Leitung unseres Trainers, Thomas! Ja! Ja! Thomas! Ja! Und die Nummer 3, das sind... Wir! Das sind... Wir! Das sind... Wir! Werner gegen Hoffenheim kann losgehen! déclar! Das ist... Wir! Wir! Wir!